Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Babylon, Rausch der Ekstase. In diesem Film geht es um Manny Taurus, der so ein bisschen ein Träumer ist, aber nicht dumm ist und versucht für eine große Party einen Elefanten zu organisieren. Und ja, auf dieser Party lernt er doch einige interessante Menschen kennen, unter anderem Jack Corbett, der gespielt wird von Brad Pitt. Den schließt er sich dann unter anderem an, weil Brad Pitt ihm ein paar Jobs verspricht. Und er lernt eine Nellie Laroie kennen, eine, ja, sagen wir mal, interessante Persönlichkeit, schrägstrich, vielleicht er möchte gern Schauspielerin oder vielleicht auch, vielleicht doch, doch nicht. Das lässt sich zu dem Zeitpunkt des Films noch nicht so herauskristallisieren. Auf jeden Fall, auf dieser Party lernen beide jede Menge Leute kennen. Unter anderem der Manny lernt ja den Jack Conrad kennen, der ihn dann halt ein paar Jobs beim Film beschäftigt. Denn dieser Film spielt so in den 90er, 20er Jahren, wo gerade der Übergang ist zwischen den Stummfilmen zu den Filmen, wie man ihn heute kennt, mit Bild und Ton. Ja, und diese Entwicklung, die gerade so in den Kinderschuhen steckt, nirft natürlich so einige Probleme auf. Denn Maggot Robbie wird auch, die ja auch Nellie Laroie halt spielt, die wird auch von jemandem entdeckt und wird kurzerhand, ein paar Stunden später, nach dieser komischen Party, auf ein Filmset erwartet, wo sie dann halt in so einem Westernsalon halt, ähm, halt eine Rolle spielen soll, nix Besonderes und so. Aber die spielt die Rolle so gut, dass die Leute da von ihr echt überzeugt sind. Und als sie dann ihren ersten Film mit Ton machen soll, ja, da läuft alles nicht so ganz reibungslos, weil, ja, das ist zu laut, das ist zu leise, das ist so nicht gut genug, das ist so nicht gut genug. Aber nach ein paar Einstellungen meistert sie es doch und steigt dort auch immer mehr auf und wird für viele eine sehr bekannte Persönlichkeit, während sich für Manny, der sich an Jack hängt, immer wieder Jobs bekommt, wo man sich denkt, ach, Junge, gut, dass ich nicht in deiner Haut stecke. Aber er meistert sie, er meistert seine ganzen Aufgaben und steigt damit auch in diesen neuen Hollywood immer weiter auf und wird auch immer eine bekanntere Persönlichkeit. Natürlich gibt es auch dann, wenn der Film mit Musik und Ton unterlegt ist, gibt es auch eine Band, wo ein Joban Apepo, der Sidney Palmer spielt, drin ist, in einer Jazzband. Auch er lernt dort immer mehr Leute kennen und sein Leben verändert sich auch. Schlagartig, kriegt ein Riesenhaus dahingestellt, kann vor großem Publikum auch auftreten, dies und das und so und seine Künste unter Beweis stellen und für jeden entwickelt sich das Ganze auf ganz unterschiedliche Art und Weise unter ganz unterschiedlichen Aspekten, wenn diese Leute dann halt ihren Weg finden. So viel zur Story. Ich muss sagen, der Film hat mich echt gecatcht, ey. Also, anfangs ist der Film wirklich sehr humorvoll, wo man sich denkt, ey Leute, das geht doch gar nicht, das kann es doch gar nicht gegeben haben und so weiter und so fort. Dann zwischendurch hat man so ein bisschen, ein bisschen Turbulenzen, ein bisschen Action da drin und so. Zwischendurch hat man dann auch wieder Drama drin und so. Also ich muss sagen, ohne viel zu dem Film als solches zu sagen, ohne viel zu der Story zu sagen, die haben echt viele Aspekte aufgenommen, wie man sich Hollywoods Leben vorstellt. Es gibt die Leute, die von jetzt auf gleich berühmt werden, es gibt Leute, die von jetzt auf gleich absteigen, es gibt Leute, die tragische Schicksale haben, es gibt Leute, die auf einmal das Glück ihres Lebens haben und so weiter und so fort. Das finde ich, haben die echt gut reingebracht, diese ganzen verschiedenen Aspekten, wie sich Menschen und Charaktere entwickeln, welche Wege sie gehen und dies und das, welche Entscheidungen sie treffen und so. Also der Film ist echt interessant, was das angeht. Aber ich muss sagen, ihr braucht eine Menge Sitzfleisch, denn mit drei Stunden und fünf Minuten ist der Film wirklich nicht kurz. Hätte man den Film an der einen oder anderen Stelle kürzen können? Ja, mit Sicherheit. Aber es ist so, wie es ist. Ihr müsst gute drei Stunden für diesen Film einplanen. Ja, also man muss sagen, der Film ist sowas von hochkarätig besetzt. Es gibt auch so viele Schauspieler, die ich jetzt gerade nicht nenne, weil die jetzt gerade nicht so dramatisch wichtig sind. Aber echt, also da haben sich wirklich sehr viele Leute die Klinke in der Hand gegeben. Und jetzt ein Budget von um die 80 Millionen haben die da echt eine interessante Sache auf die Beine gestellt. Also ich muss sagen, ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt, auch wenn der Film an manchen Stellen ein bisschen langatmig ist. Aber echt interessant, also. Vor allem dann auch so alte Kameras mit dabei, wie man sich so vorstellen kann, wie sie damals ausgesehen haben. Und dann sieht man auch, wie dieses kleine Hollywood auch so heranwächst, weil ja bevor diese Schauspielerei und das alles so richtig in Fahrt gekommen sind, waren ja die Theaterspieler ja auch so eigentlich so das Maß aller Dinge gewesen und Schauspieler mehr so da drunter angesehen. Was man auch an den einen oder anderen Szenen dann auch so ein kleines Battle dann auch so sieht. Aber der Film hat Humor, der Film hat Spaß, der Film hat ein bisschen Spannung auch zwischendurch. Der Film hat wirklich sehr gute Momente, auch dramatische Momente. Also der Film ist wirklich eine richtige Achterbahnfahrt. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da bin ich wieder. Also ich muss sagen, der Film ist echt interessant. Der Film hat richtig viele gute Charaktere da drin. Also das Drehbuch ist richtig interessant geschrieben. Also Respekt dafür. Auf das muss man erstmal kommen, dass zu Teil mit realistischen und Teil dann, ich glaube nicht, dass manche Sachen echt sind oder so passiert sind. Und mit solchen Sachen noch mit dabei. Also mich hat der Film echt gut gecatcht. Aber wie gesagt, also drei Stunden, fünf Minuten hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Und ja, da hat man sich jetzt vielleicht so ein bisschen gedacht, dann machen wir jetzt mal so ein Avatar oder sowas mit drei Stunden oder so. Also zumindest von der Länge, weil sonst haben die Filme nichts miteinander zu tun. Und ja, hätte man das, hätte man ruhig ein bisschen kürzen können. Aber ja, ist halt so, wie es ist. Aber ich gebe dem Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil der Film einfach Spaß macht. Der Film ist echt pure Unterhaltung, teilweise ein Achterband der Gefühle und zeigt auch teilweise wirklich, wie Karrieren in Hollywood starten, enden können und so weiter und so fort, wie sie sich entwickeln können. Also von daher, da ist schon echt sehr breites Spektrum abgebildet. Und ja, das war's zu diesem Film. Wenn euch gefällt, was ich mache, klickt doch auf den Abo-Button und liked meine Kanäle beziehungsweise meine Videos und schaut in die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar interessante Links, die euch vielleicht interessieren können. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.